Ja, recht herzlich willkommen auf dem schönen Isenlisberg zum 14. Dr. Pulling. Wir freuen uns, euch alle recht herzlich willkommen zu heissen. Wir starten am Freitagabend mit unserer legendären Bar mit dem DJ Urs. Am Samstag haben wir DJ Corinne Wacker vom Radio Top. Und die, die es kennen, wissen, dass sie in dieser Bar richtig abgeht. In der Festwirtschaft wird für das leibliche Wohl gesorgt. Hier hinten im Festzelt mit unseren super Steaks und Pommes, die wir immer anbieten. Dann hier unten seht ihr die Pulling-Piste. Die ist schon recht weit im Aufbau. Wir sind jetzt noch dran, den Finish zu machen. Und sind der fester Überzeugung, dass wir am Samstag am 1. hier auf dem Isenlisberg die ersten Pulse zeigen dürfen. Wir freuen uns. Willkommen auf dem Isenlisberg. Da? Dann kann man nicht mehr vercesso. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.